Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für gedämpfte Germknödel. Gedämpfte Dampfnudeln In Österreich gedämpfte Germknödel sind eine traditionelle Mehlspeise der schwäbischen Küche. Sie werden aus Helfeteig-Öster-Germteig hergestellt. Die Dampfnudel kann zum Beispiel mit Kraut, Salat oder Pilzen in Rahmsauce als Hauptgericht oder mit Vanillesauce oder Heidelbeerkompott als Dessert verzehrt werden. In der Pfalz isst man sie traditionell samstags mit Kartoffelsuppe. Für zwei bis drei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Hefeteig Halbe Portion Dampfnudeln Ein Esslöffel zimmerwarme Butter Kochflüssigkeit 350 Milliliter Wasser Folgende Utensilien werden benötigt Großer Topf mit Deckel mit Dämpfeinsatz Messbecher Backpinsel Zubereitung Teig Den Teig nach Anleitung bereiten, die Menge der Zutaten halbieren. Die Arbeitsfläche gut mit Mehl bestäuben und den Teig darauf geben. Den Teig nochmals gut durchkneten und sechs Knödel abdrehen. Fertigstellung Den Dämpfeinsatz mit der Butter einpinseln und die Nudeln darauf setzen. Das Wasser in einem Topf zum Kochen bringen, den Dämpfeinsatz einsetzen und den Topf mit einem Deckel fest verschließen. Die Dampfnudeln 30 bis 35 Minuten auf kleiner Hitze Dampf garen lassen, den Deckel keinesfalls öffnen, da die Knödel sonst zusammenfallen könnten. Als Beilagen eignen sich Mit Salasena Butter übergießen, Vanillesoße, Honigsoße, diverse Kompotte, Weincreme von der Mosel. Diese Varianten gibt es Dampfnudeln Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!